Da versammelten sich die Hohenpriester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des Hohenpriesters, der Geist-Kaifers, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber... Da nun Jesus war zu Betanien im Hause Simonis des Aussätzigen, trat zu ihm eine Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf seine Haut, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprach. Untertitelung des ZDF, 2020 Da, dass Jesus merkete, sprach er zu ihnen, Was bekümmert ihr das Heil? Sie hat ein Blutwerk an jedem Tag. Wir haben alle Zeit Armen bei euch. Mich, aber habt ihr nicht alle Zeit? Als sie dies Wasser hat auf meinen Leib gegossen, Hat sie getan, dass man mich begraben will. Fahr ich, ich sage euch, Wo diese Amelium gepredigt wird in der ganzen Welt, Da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, Was sie getan hat. Amelium 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 Vielen Dank.